assalamu alaikum herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar wie ihr bestimmt schon am titel erkannt habt habe ich derzeit technische probleme ich wollte gestern eigentlich nach mehreren tagen ein neues video hochladen zur arabischen grammatik und entschuldigen erst mal dass ich mehrere tage nichts mehr hochgeladen habe weil wie ich euch in meinem letzten video gesagt habe hatte ich einiges zu tun und wie gesagt wollte ich gestern wieder ein video hochladen nur leider hatte ich technische probleme und zwar nach dem schneiden und überarbeiten des videos hat das speicher nicht funktioniert ich weiß auch nicht warum ich habe es zweimal versucht beides mal hat es nicht geklappt ich habe das video zuerst privat hochgeladen damit ich das bearbeiten kann und schneiden kann weil das relativ lang geworden ungeschnitten eine halbe stunde ungefähr und ich habe versucht das zu überarbeiten aber das hat nicht funktioniert es gab auch keinen fehlerbericht und nichts ich habe jetzt ein feedback an youtube geschickt ich hoffe die können mir helfen und ich wollte euch nur mal informieren dass ihr euch nicht wundert wenn wenn es etwas länger dauert bis das nächste video über die arabische grammatik kommt weil ich hoffe das wird so schnell wie möglich passieren ich denke dass ich eher noch vorher ein video machen werde über das arabische alphabet weil da muss ich sowieso nichts schneiden weil ich weil die videos sowieso nur zwei drei vier minuten dauern anders als die videos über die arabische grammatik die ein bisschen aufwendiger sind das wollte ich euch nur mal sagen und danke für eure geduld und ich hoffe dass ich kann das video dass ich ja schon gemacht habe so bald wie möglich hochladen und was ich noch wissen möchte ist habt ihr schon alle meine videos geguckt da seid ihr neu also ich lerne ja die ich bringe die arabische sprache bei ich studiere arabistik im bachelor also ich bin jetzt fertig brauche nur noch meine bachelor arbeit mache ich master ja und mein unterricht der basiert ja auf 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 das was ich gelernt habe grammatikalisch in der uni ja das nur nur so zur info ja und habt ihr ein thema das ihr dass ihr möchtet dass ich das behandeln und ihr könnt ja ja wenn ihr fragen habt dann könnt ihr mich fragen und ich mag das video nur gemacht damit ihr bescheid wisst dass ich gestern ein neues video hochladen wollte weil leider hat das nicht so funktioniert wie ich wollte das nur so zur info und okay das war's dann auch schon Masselema